Kapitel 17 Ausprägungen in der Endzeit In Lukas 17, Vers 26 steht Und wie es geschah zu den Zeiten Noas, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arsche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Jesus spricht in Lukas 17, Vers 26 davon, dass die Zeiten in der Endzeit den Zeiten Noas und Lots ähneln. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, bis, für sie überraschend, die Flut kam. Jesus beschreibt hier also ein sorgloses, oberflächliches Leben in der Endzeit. Allerdings sagt er in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, dass teure Zeit sein wird, dass man von Kriegen und Kriegsgerüchten hören und ein Volk sich gegen das andere erheben wird, dass es Erdbeben und Seuchen geben wird. Er beschreibt hier also eine große Not für die Endzeit. Aber wie kann das alles nebeneinander möglich sein? Es könnte bedeuten, dass im Nahen Osten notvolle Zeiten anbrechen, weil der Antichrist auf der Weltenbühne auftritt, während der übrige Teil der Welt in großer Sorglosigkeit und Oberflächlichkeit vor sich hin lebt. Wenn dann Christus wiederkommt, geschieht dies für einen großen Teil der Welt vollkommen überraschend, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben und weil sie die Schrift nicht kennen. Kapitel 17.1 Die Endzeitliche Reihenfolge Aus Damaskus entsteht unerwartet eine Art modernes Seleukidenreich als neues, großes Weltreich. Sein Herrscher wird eine endzeitliche Wiederholung des historischen Antiochus des 4. Epiphanes sein, der achte König, der Antichrist, ein Tier aus dem Meer, ein Herrscher aus den Nationen. Sein Vorgänger ist der sogenannte siebte König, der kurze Zeit bleibt und auf den dann der achte folgt. Das Herrschaftsgebiet des Antichristen umfasst zunächst mehr oder weniger die Ausdehnung des Reichsgebiets der antiken Seleukiden, sieben Häupter, und das der Dekapolis, zehn Hörner, reicht aber nicht bis zum Indus, sondern endet am Euphrat. Unter der Führung des falschen Propheten, des Tieres aus dem Land, findet dann die erste Belagerung der Stadt Jerusalem durch eine Koalition zwischen Damaskus, der Neodecapolis und Ephraim statt, ebenso wie es im antiken Syro-Ephraimitischen Krieg war. Dieser Angriff führt aber nicht zur Eroberung Jerusalems, sondern nur zu dessen Belagerung. In dieser Belagerung findet Jerusalem an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus die Tochter Zion gebiert. Dieser Tag löst den Beginn der 70. Jahrwoche aus. Die zweite Belagerung folgt nach 1260 Tagen und somit in der Mitte der 70. Jahrwoche. Hier tut sich der Antichrist, der dann noch im Gefolge des falschen Propheten ist, dadurch hervor, dass er in die Stadt bricht und es wagt, die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, in Jerusalem zu töten. Er setzt sich damit in den Tempel, in die heilige Stadt Jerusalem und verweist darauf, dass er die beiden Zeugen, die bislang jeden töteten, der ihnen widerstehen wollte, besiegt und umgebracht habe. Daher gebe es keinen Gott außer ihm. Er gibt sich aus, er sei Gott. Dann geht die Herrschaft vom falschen Propheten auf den Antichristen über, denn der Antichrist wird laut Offenbarung 13 42 Monate lang herrschen und das kann nur die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche sein. Danach zieht er wieder ab und dann folgen fünf Monate okkulter Schreckensherrschaft in und um Jerusalem, denn der falsche Prophet übt alle Macht des Tieres vor ihm aus. Die Menschen in Jerusalem leiden dann Trübsal und Pein. Aber diese Zeit wird verkürzt, denn nach fünf Monaten fällt Ägypten in Jerusalem ein, der König des Südens, und erobert die Stadt. Der Antichrist hört davon, erobert Jerusalem zurück und dehnt seine Macht weiter nach Süden aus, er erobert Ägypten, Äthiopien und Libyen. Am Ende der 70. Jahrwoche fährt der Geist Gottes in die getöteten Bürger zu Jerusalem. Sie stehen auf ihre Füße und werden in den Himmel entrückt. Davon berichtet Offenbarung 11 und das ist die Entrückung, von der Paulus spricht. Die vorherigen Feinde der beiden Zeugen, das abgefallene Israel, sehen deren Entrückung und sie geben Ehre dem Gott des Himmels. Das heißt, sie kehren um zu ihrem Gott, sagen sich damit aber gleichzeitig vom Antichristen und seiner Herrschaft über sie los. Dann bleibt ihnen nur die Flucht in die verwüsteten Ruinen Jerusalems, wo sie sich verschanzen und Gott um Hilfe anrufen. Dann folgt die dritte Belagerung durch den Antichristen. Denn der hört von der Bekehrung der Menschen in Jerusalem nach der Entrückung der beiden Zeugen. Er zieht nach Jerusalem hinauf und greift an, um die immer wieder aufs Neue aufständische Stadt endgültig den Erdboden gleich zu machen. Bei dieser Belagerung kommt der Antichrist nach Daniel 11 um, da der Herr dann vom Himmel herabkommt, um seine Stadt vom Antichristen zu befreien und dessen Reich zu vernichten. Danach wird Christus sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten und Frieden machen auf der ganzen Welt, so wie in den ersten Kapiteln Jesajas beschrieben, zum Beispiel Jesaja 2, Vers 2 bis 4. Nach diesem tausendjährigen Friedensreich wird noch einmal ein letzter großer Abfall von Gott die Welt erschüttern. Denn der Teufel wird noch einmal aus seinem Gefängnis losgelassen, um die ganze Welt zu verführen. Danach wird dann das große Endgericht sein, in dem alle und alles von Christus gerichtet werden wird und schließlich der letztendliche Übergang von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit erfolgt. Alle die vorgenannten Ereignisse spielen sich aber im Nahen Osten ab und nicht weltweit. Das wiederum lässt in Verbindung mit den Worten Jesu den Schluss zu, dass die übrigen Teile der Welt durchaus in Sorglosigkeit ihr Leben leben, kaufen und verkaufen, heiraten, pflanzen und bauen, bis sich schlussendlich der von Christus angekündigte Tag übereilt, an dem es Feuer und Schwefel vom Himmel regnet. So in etwa kann erklärt werden, warum in der Endzeit Kriege und Not einerseits und sorgloses Leben andererseits gleichzeitig nebeneinander bestehen werden. Ich bin auszüblich, aber ich habe die Stadt